Hallo und willkommen bei Whisky Statistica. So, der Monat ist zwar schon ein paar Tage alt, aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, dennoch wieder eine Statistik für den letzten Monat zu machen. Ich habe heute für euch die Whisky YouTuber Statistik für Juli 2023. Stichtag war wie immer der 31.07. Und eine erfreuliche Nachricht zuerst, das Wachstum wächst wieder. Klingt komisch, ist aber so. Also ich habe letzten Monat gesagt, durch die Sommerpause war das Wachstum im letzten Monat das niedrigste, was wir bis jetzt seit Aufzeichnung der Statistik haben. Und diesen Monat ist es wieder etwas gewachsen. Und zwar so sehr, dass wir mehr Wachstum hatten als letzten Monat. Also letzten Monat hatten wir 0,58 Prozent Wachstum auf alle Kanäle gesehen. Diesen Monat haben wir 0,74 Prozent Wachstum. Das ist mehr als im letzten Monat. Und das ist minimal mehr als vorletzten Monat. Da hatten wir 0,73 Prozent Wachstum. Also ihr seht, das schlechte Wetter in Deutschland und so, der sich zu Ende neigende Sommer sorgen dafür, dass die Zahlen wieder ein bisschen steigen. Und ich denke, je mehr das jetzt in den Herbst hineingeht, desto mehr haben wir wieder vernünftige Wachstumszahlen mit einer 1 vorne hoffentlich. Und da freue ich mich drauf. Ich habe mir diesen Monat einfach mal den Spaß gemacht und habe noch zusätzlich ausgewertet, wie das Wachstum über alle lebenden Kanäle ist, wie das Wachstum der Top 20 lebenden Kanäle ist und wie das Wachstum der Top 10 lebenden Kanäle ist. Einfach um zu sehen, wo ich stehe. Weil ich hatte für mich gefühlt einen relativ guten Monat für ein Sommerloch. Also ich habe ja mit dem Hashtag FightTheSummerslam so ein bisschen versucht, gegen das Sommerloch zu kämpfen. Das war mäßig erfolgreich, würde ich behaupten. Ich bin selber sehr zufrieden damit. Und um das einfach mal auswerten zu können, habe ich mir mal angeguckt, wie ist denn das Wachstum so. Und auf alle lebenden Kanäle bezogen, hatten wir ein durchaus positives Wachstum von 3,61%. Das ist gut. Ich habe leider keinen Vergleichswert, weil ich das jetzt das erste Mal ausgewertet habe. Auf die Top 10 Kanäle, auf die Top 20 Kanäle haben wir ein Wachstum von 0,98%. Warum so niedrig? Ganz einfach, je höher man in der Platzierung ist, je mehr 1000 Abonnenten man hat, desto schwieriger ist es natürlich auch, hohe Wachstumszahlen zu erreichen. Also wenn ich 10.000 Abonnenten habe, fallen 100 Abonnenten nicht so schwer ins Gewicht, wie wenn ich 500 Abonnenten habe und 50 neue Abonnenten kriege. Ihr seht also, je höher die Platzierung, desto niedriger das Wachstum im Allgemeinen. Ist das vielleicht eine Ausnahme. Aber daher natürlich auch die schwächeren Werte. Spannend jedoch zu sehen, wenn man sich die Top 10 anguckt, hat man ein Wachstum von 1,1%. Das liegt einfach an dem Wachstum eines bestimmten Kanals, der wieder alles toppt. Ihr könnt euch sicherlich denken, welcher Kanal das ist. Da kommen wir aber gleich drauf zu sprechen. So, dann schauen wir uns einfach mal an, was es diesen Monat zu berichten gibt. Ich filter diesen Monat mal nach lebenden Kanälen und erwähne nur die spannenden. Das sind trotzdem ein paar. Also diesen Monat hat es sich echt gelohnt, die Statistik zu machen. Das freut mich sehr. Anfangen möchte ich mit Kanal auf Platz 88. Ist der Kanal MK-Ultra. Hatte vorher 79 Abonnenten. Hat jetzt 111 Abonnenten. Das ist ein Plus von 40,51% und sorgt dafür, dass wir drei Plätze nach oben gehen. Dazu muss ich allerdings später was erwähnen. Das mache ich aber bei der Statistik zu der Klickzahlen pro Kanal. Gut, auf Platz 83 ist der Kanal Bob & Friends. Bob & Friends hatte ein Wachstum von 24 Abonnenten. 132 sind es jetzt insgesamt. Macht ein stolzes Wachstum von 22,22% Wachstum. Und auch hier geht es drei Plätze nach oben. Dann haben wir auf Platz 78 den Kanal Dominik von DKS Metal. 30 Abonnenten Plus. 158 insgesamt. Ist ein Plus von 6 Plätzen. Das ist natürlich schon richtig ordentlich. 23,44% Wachstum. Kann sich sehen lassen. Auf Platz 61, das freut mich ganz besonders, ist der Olli von Wasser & Malz. 19 neue Abonnenten. 343 sind es jetzt insgesamt. Auch hier geht es drei Plätze nach oben. 5,81% Wachstum. Herzlichen Glückwunsch letzten Monat. Noch eher auf der nicht so erfolgreichen Seite. Da hat er mir auch hinterher geschrieben, so ich weiß nicht, Sommerloch total schwierig. Es tut sich nix und man macht neuen Content und irgendwie tut sich nix. Diesen Monat fast 20 neue Abonnenten. Drei Plätze nach oben. Das freut mich natürlich total, dass das dann klappt und dass er auch Wege aus dem Sommerlach gefunden hat. Dann machen wir jetzt einen etwas größeren Sprung. Auf Platz 39 ist der Kanal Whisky Tales, der auch in diesem Monat wieder sehr sehr gut gewachsen ist. 92 neue Abonnenten. 685 sind es jetzt insgesamt. Macht zwei Plätze nach oben und ein Wachstum von 15,51%. Herzlichen Glückwunsch. Auf Platz 35 ist der Kanal Whisky Notes CS. Auch hier 45 neue Abonnenten. Top-Wert. 831 sind es jetzt insgesamt. Einen Platz geht es nach oben. 5,73 Prozent Wachstum und damit kann Whisky Notes CS zumindest langsam in Richtung der 1000 Abonnenten schielen. Da fehlen jetzt noch 169 Abonnenten. Das dürfte zumindest spätestens bis Ende des Jahres geschafft sein, hoffentlich. Vielleicht ja ein schönes Weihnachtsgeschenk. Auf Platz 29 ist Speakeasy Whisky Club. Auch die haben wieder einen Bombenmonat hingelegt. 100 neue Abonnenten. 1140 sind es jetzt insgesamt. Auch hier drei Plätze nach oben. 9,62 Prozent Wachstum. Top-Leistung. Herzlichen Glückwunsch. Gut, dann kommen wir mal kurz zu meinem Kanal. Eigentlich von den Zahlen her gar nicht so erwähnenswert, aber nochmal, ich wollte es jetzt nochmal erwähnen zur Relation, was ich vorhin ausgewertet habe. Mein Kanal hat diesen Monat 20 Abonnenten hinzugewonnen. Das ist ein mageres Wachstum von 1,16 Prozent. Wenn man sich dann aber das Gesamtwachstum anguckt. 0,74 Prozent bin ich über dem Durchschnitt. Okay, wenn man sich das Gesamtwachstum aller lebenden Kanäle anguckt. Mit 3,61 Prozent bin ich deutlich unterm Durchschnitt. Hm, nicht so cool. Wenn man sich das Wachstum der Top 20 anguckt und da bin ich nun mal auch drin, Gott sei Dank, auf Platz 18, beziehungsweise wenn man sich alle Lebenden anguckt, sogar auf Platz 16. Dann haben wir unter den Top 20 ein Wachstum von 0,98 Prozent. Und dann bin ich mit 1,16 Prozent. Doch über dem Durchschnitt in den Top 20, das freut mich wiederum sehr. Und damit würde ich sagen, ist noch nicht perfekt, aber ich bin zufrieden. Gut, auf Platz 12 ist ein Kanal, wo ich zwar jetzt nichts erwähnenswertes zu berichten kann, was die Statistik angeht. Ich aber trotzdem kurz darauf eingehen wollte, weil es eine sehr traurige Nachricht um den Kanal gab. Das sind die Malt Mariners, die haben ein Video gemacht, dass sie aufhören werden. Sie haben gesagt, vielleicht. Also eine Hintertür haben sie sich offen gelassen, dazu nochmal zurückkehren, dass es eine Reunion gibt, dazu den Kanal wieder aufleben lassen. Aber vorerst war es das letzte Video von denen. Jetzt kommt nochmal irgendwie ein Tasting. Und dann hat sich das Thema allerdings vorerst erledigt. Ist natürlich super schade. Ein weiterer lebender Kanal, der dann in das Reich der Toten verfällt. Ich finde es total schade. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin mit den Malt Mariners aufgewachsen, aber das war schon einer der Kanäle, die ich am Anfang geguckt habe, bevor ich YouTube gemacht habe. Von daher total schade. Ich habe die beiden auch kennenlernen dürfen. Paddy und Leon auf Messen, auf YouTuber-Events etc. Und sind total sympathische Gerne. Und ja, ich finde es total schade. Ich verstehe die Beweggründe absolut, aber schade ist es trotzdem. Und ja, tut mir ein bisschen leid. Jut, einen Kanal möchte ich noch erwähnen, muss ich noch erwähnen, komme ich nicht drum rum. Ihr könnt es euch denken. Auf Platz 6, Achtung, Obacht, ist FriendlyMrZ. Mit 5620 Abonnenten. Das ist ein Wachstum von 420 Abonnenten. Wahnsinn. 8,08% Wachstum zieht damit die Statistik der Top 10, Top 20 natürlich extrem nach oben. Und wenn man überlegt, dass die komplette YouTube-Whiskey-YouTuber-Community 1447 Abos plus gemacht hat und davon alleine 420 auf FriendlyMrZ verfallen, dann weiß man, ja, er macht inzwischen ein Drittel des Wachstums aller YouTuber aus. So. Aber wer aufgepasst hat, hat gemerkt, es ist Platz 6. Das war er vorher nicht. Er hat also zwei Plätze gewonnen. Zwei Plätze sogar in den Top 10. Zwei Plätze nach oben. Das ist natürlich auch eine Leistung. Auf der einen Seite hat er Whiskey Turntable hinter sich gelassen, den Peter. Die waren ja die letzten Monate echt viel gleich auf, auch was die Klickzahlen und so anging. Ähm, ihn hat er jetzt überholt. Und das eigentlich Spannende, ähm, der Schüler wird zum Lehrer bald gesagt, ähm, FriendlyMrZ. Sascha hat Whiskey Jason überholt. Also, gefühlt kommen wir alle ursprünglich über Whiskey Jason, also zumindest so ein paar von uns. Holly, Sascha, ich haben die YouTube-Videos von Jason geguckt, sind in seiner Community gewesen. Und danach haben wir angefangen mit YouTube-Videos, weil wir es anders machen wollten. Besser wäre falsch ausgedrückt, wäre auch Quatsch. Ähm, anders. Bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte einfach einen anderen Geschmackssinn als Jason und ich habe gesagt, es bringt mir nichts, ein Video schon von Jason zu gucken, wenn er den Whiskey nicht mag, ich aber für mich feststellen könnte, das wäre genau mein Beuteschema. Somit habe ich dann mit Videos angefangen, mit meinem Geschmackssinn. Und, ähm, ja, es ist spannend zu sehen, dass jetzt Sascha seinen, ich sag jetzt bald mal Mentor, ähm, jetzt überholt hat. Zehn Abonnenten vor ihm liegt aktuell und das ist eine sehr, sehr stolze Leistung. Das Ganze in, ich glaube er hat jetzt vor kurzem drei Jahre YouTube, also drei, dreieinhalb Jahre YouTube, ähm, jemanden wie Jason zu überholen, der das seit, keine Ahnung, acht Jahren oder so macht. Respekt! Jetzt sind nur noch fünf YouTuber vor ihm und, ähm, ich sag mal, wenn er, äh, Sascha weiter so wächst, dann ist zumindest Whiskeygold nicht mehr weit entfernt, weil dazu fehlen ihm, glaube ich, noch um die 700 Abonnenten. Also zwei Monate. So, kommen wir zur, ähm, Klick, zum Ranking der Aufrufzahlen, so rum ist es wichtig. Ähm, da hat sich ein bisschen was getan und was hat sich getan? Ähm, das Spannendste, also Whiskey.de ist natürlich wieder auf Platz 1 mit 189.000 Klicks. Müssen wir nicht erwähnen. Diesen Monat aber wieder auf Platz 2, da wo er hingehört, Petok. Letzten Monat hatte das der Sascha einmalig inne, äh, äh, jetzt hat's Petok wieder mit 51.800 Klicks. Aber ganz knapp vorm Sascha, der hat nämlich mit 49.000 Klicks knapp dahinter gelegen, aber jetzt ist die, ich sag mal, eine natürliche Ordnung wieder hergestellt. Auf 1, Whiskey.de, auf 2, Petok. Auf 3, Sascha, Friendly Mr. Z, 49.000 Klicks. Wahnsinnsleistung, wie die letzten Monate auch. Deutlich vor den, äh, vierten und fünften Plätzen, die sich in den letzten Monaten ja so ein bisschen, ähm, immer gebettelt haben, wer kriegt mehr. Das hat Sascha jetzt inzwischen deutlich für sich entschieden und es lässt sich noch gratulieren. Er hat nämlich diesen Monat die 1.000.000 Klicks geknackt und ist jetzt bei 1.025.000 Klicks insgesamt. Gut. Auf Platz 4 mit, äh, 25.930 Klicks ist Whiskey Jason. Auf Platz 5 Whiskey Turntable mit 24.000 Klicks. Auf Platz 6, Speak Easy Whiskey Club mit 19.800 Klicks. Die Jungs, die reißen im Moment ein Tempo ab, das ist der Wahnsinn. Die werden, glaube ich, in den nächsten Monaten auch noch richtig ordentlich steigen. Auf Platz 7 für mich die Überraschung diesen Monaten. Ich habe es vorhin schon mal angekündigt, wir müssten es kurz erwähnen. Auf Platz 7 ist der Kanal MKUltra, ähm, der bis jetzt 40.000 Klicks insgesamt auf dem Kanal hatte und, oder bis jetzt, 21.000 Klicks auf dem Kanal hatte, diesen Monat 40.000 Klicks, ist ein Wachstum von 18.500 Klicks in einem Monat. Er hat also im Prinzip die Aufrufzahlen auf seinem Kanal nahezu verdoppelt. So, wenn man jetzt auf seinen Kanal klickt, und das machen wir mal eben, ähm, dann sieht man relativ schnell, wenn es denn vernünftig lädt, ich hätte mich auch mal vorbereiten können. A few moments later Dann sieht man relativ schnell, dass es vor ein paar Wochen, also vor drei Wochen, Videos gegeben hat, die nichts mit Whisky zu tun hatten, nämlich Videos von einem Deepage Mode Konzert. Ja, und die haben gut Klicks gebracht. Das ist also genau ein Video dabei, also es sind mehrere, die richtig gute Aufrufzahlen für den Kanal insgesamt haben. Also beispielsweise ist hier ein Whisky Video, The English Smoky Single Mode, was drei Wochen alt ist und zehn Aufrufe hat, und ein Deepage Mode, äh, Never Let Me Down Again, ähm, Video, auch von vor drei Wochen mit 1000 Klicks. Das alleine erklärt aber noch nicht die 18.000 Klicks Zuwachs. Das erklärt dann tatsächlich nur ein Video, das ist Deepage Mode, Enjoy The Silence, aus Milan, vom 14.07.2023, drei Wochen her. Das Video hat inzwischen 20.167 Klicks. Ja, was soll ich sagen? Wenn solche Videos hochgeladen werden, die nichts mit Whisky zu tun haben, aber Klickzahlen erreichen, die jenseits von gut und böse sind, ist es natürlich für mich super schwierig, sowas in der Statistik adäquat darzustellen, weil ich halt nicht videobezogen die Klicks plötzlich rausziehen kann. Das heißt, ich sehe jetzt, er hat diesen Monat mega viele Klicks erreicht und nochmal viele Klicks für seinen Kanal, für den Durchschnitt, dann kann ich mir den Kanal angucken, kann das vielleicht auch erklären. Ich kann es aber in der Statistik nicht vernünftig darstellen. Das ist halt so mit Statistiken, es gibt immer Randwerte, die man nicht unbedingt vernünftig auswerten kann. Man muss dann halt nur wissen, wie man so eine Statistik zu interpretieren hat. Und das ist an der Stelle so. Ich bin mir sicher, im nächsten Monat werden wieder reguläre Aufrufzahlen auf seinem Kanal zu sehen sein. Nichtsdestotrotz freue ich mich für MKUltra, dass er ein paar sehr erfolgreiche Videos hochgeladen hat und damit scheinbar auch den ein oder anderen Abonnenten auf seinen Kanal ziehen konnte, weil ein bisschen Wachstum war ja auch bei den Abonnenten da. Auf Platz 8 ist dann mein Kanal, The Whiskey Waiter, das freut mich wiederum. Mit 18.500 Klicks diesen Monat bin ich eigentlich wieder bei relativ normalen Klickzahlen gewesen. Also ich sage mal, in Nicht-Sommerloch-Monaten hatte ich um die 20.000, 22.000 Klicks. Jetzt mit 18.500 Klicks bin ich gar nicht so weit davon entfernt. Von daher, es hat zwar nur für 20 Abonnenten gereicht, aber die Klickzahlen sind gut. Von daher bin ich sehr zuversichtlich für die Zukunft. Auf Platz 9, Der Hexler 69 mit 12.900 Klicks. Auf Platz 10, Whiskey Gold mit 10.200 Klicks, gefolgt von Marco mit 10.200 Klicks und, also Marco Bonnbrüder Whiskeyhaus und Whiskey Evening mit 10.000 Klicks. Auf Platz 12. Das waren die spannendsten Klick-Aufrufzahl-Zuwächse, die spannendsten Kanäle bei den Aufrufzahlen im Ranking. Ich hoffe, ihr konntet mit der Statistik was anfangen. Es war ja ein bisschen anders aufgebaut als sonst. Es gab noch ein bisschen mehr diese Einzelstatistik-Auswertungen auf Positionen bezogen. Lasst mich da gerne mal wissen, wie euch das gefallen hat. Soll ich das vertiefen? Soll ich gewisse Bereiche auswerten? Soll ich noch mal ein bisschen die Statistik halt noch mal in den Fokus rücken? Also soll ich tatsächlich auch gucken, wie ist was im Vergleich? Also der Kanal ist da und da positioniert. Wie ist das Wachstum im Vergleich zu anderen in der Umgebung? Wie gesagt, lasst es mich gerne wissen. Würde mich total interessieren. Ich fand es eigentlich ganz spannend, diesen Monat mal auch das Ganze auf lebende Kanäle zu filtern, ein bisschen detaillierter auszuwerten, ohne viel mehr Arbeit zu haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen nach oben belohnt, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten gerne meinen Kanal abonnieren, die anderen Kanäle auf der Liste sowieso alle abonnieren, zumindest die lebenden. und am allerwichtigsten das nächste Mal wieder einschalten. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.